Hi, ich bin wieder da, nachdem jetzt ewig lange kein Video kam, tut mir leid. Hier nochmal Heldenfehlern rutsch da, da habe ich den gewissen Anfragen rein bekommen, so komm, ich durfte sie mal weiter annehmen. Wetterbesteck hat neue, ja ich guck, noch ein paar, es wird erstmal weiter mit der Story gemacht, und zwar in der Welt vernechnet, und zwar in Hoshido. So. Was sagt ihr da? Mein Reich wird von Möchten auseinander in Welt kontrolliert. Absurdes Königreich von Hoshido wird durch die Macht unserer Königin vor einer Invasion geschützt. Ich bin nicht sicher, wie ihr auch nach Hoshido gelangt seid, aber seid euch gewiss, dass meine Familie und ich dafür sorgen werden, dass ihr uns schnell verlasst. Ich würde Corinne mal zu Xander schicken. Warte, alles mal nützlich? Krass. So, so beiden kommen Fernkämpfer. Warte, ne. Wir fahren so eine... Komm. So. Also bin ich natürlich wieder vorbereitet. Händyser verstehe ich nicht ausgemacht. Okay. Please, take care. The Lord. Chau! Let's go. I thought you would do it. Here we go. Let's go. Oh, yeah. We're here on the ball. So langsam beginnen die knackigen Kämpfe. Will ich bloß jetzt segne das Lichts einsetzen. Sonst creepier ich hier. Weil das Unglück macht Sakura 0 Kp. Schaden auf mein Mark Corbin. Nice. Ich glaube, jetzt muss ich den segne das Lichts-Knopf drücken. Alter, wann ist denn bitte schön, äh, da? Ist Sophia gestorben? Ich hab' gar nicht mitgekriegt, glaube ich. So. 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 Alter, wie der Queen hier war nicht gut. So. Sekuga wird jetzt erstmal schön besiegt. Alter, die Musik ist cool. So. Ja, er hat noch einen Zug. Ich weiß, die zwei auch noch. Stimme. So. Wie gut, Alter, Corbin. Die darf jetzt, dem guten... Alter, da haben wir jetzt ein ernstes 5 Minuten dafür gebraucht. Stage geklärt nach 5 Minuten Deshalb braucht man so lange für Und es steht nochmal Stage Meine Familie Ich habe die Kraft dieser Fremden unterschätzt Wir müssen uns zurückziehen Und uns neu formieren Wir dürfen Ushido nicht in die Hände der Invasoren fallen lassen Wir müssen unser Volk beschützen Toll Wie ich es gerade eben sagte Jetzt beginnt so langsam der heiße Scheiß Wo ich mit allen mindestens 4 Level drüber bin Mit den meisten Heute kann ich schon erst noch nicht viel machen Ja in die Richtung werde ich sicherlich nicht schicken wo es vielleicht so ein roter ist Gehe um Wo Los Und hier du gehst durch der Kumi So Mit der Saizo Mit der anderen zu Dann halte ich nämlich bald aus dem Team raus So Wo wo geht es baden So So Tschüss So Übriglich ist zwar seine Splish-Attack machen aber weil er jetzt sterben geht Dann kann er sich nicht mehr machen Dann kann er sich nicht mehr machen So So Du kannst Schaden machen So 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 Du bleibst nur ein Kapier Gefäng Ich gehe mit euch. So, ich glaube ich sollte nochmal Segen des Lichts machen. Oh komm, mach mal schnell den Segen des Lichts. Wir müssen ja nur noch den einen Doppel siegen. Dann ist der Partner auch schon beendet. So, Hina hat er nur noch. Ich muss gerade an die Fahrt denken. Nix. Ich sollte einfach mein Maul halten. Wir haben Stage geclared, dann würde ich mal sagen Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.